Herzlich Willkommen auf dem neuen Boot hier mit Spirits. Das Boot ist nach den neuesten Vorschriften und mit den modernsten Attrakturen und Sicherheitsausrüstungen ausgestattet. Unsere Crew an Bord besteht aus einem Captain, einem Mechaniker und einem Marinero. Zum Suchen der Tiere von der Antworten für die Tour ist unsere Virusberufe oder ein Experte der Stiftung. Ich vermute, da drüben nach 3 Uhr hat es sogar drei Pottwahlen und zwar sind sie am Paaren. Vorhin haben sie sich so bewegt, da wollten sie sich paaren. La Vanchita, Vanchita mit dem weißen Fleck auf der Stirne. Wow! Pottwahlen Pottwahlen Pottwlers Pottwiese 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 Bild Pottwiese Bild Hose Kasparger Bild 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 Es ist aber. Er kommt zum Boot. Auch das scheint der Observer zu sein, der Neugierige. Wir haben einen Observator genannt, weil er uns immer angucken kann. Der Observator kommt zum Boot, der ist wirklich neugierig. Der kann uns zu gehen. Die ist in den Sollar. Bye, bye. Es ist gar kein Potwal, es ist ein Finwal. Es ist ein Finwal. Es ist ein Finwal. Es ist kein Spermwail. Jetzt beginnt er zu schwimmen. Wow. Er beginnt zu schwimmen. Er beginnt zu schwimmen. Auf der rechten Seite. 10 Uhr, 9 Uhr. Hinten musst du mal schauen. Also 1 Uhr, 12 Uhr. Nein, 10 Uhr. Du musst rechts hinten schauen. Schau, da kommen die Anzeigen. Eine große Gruppe. Wir haben 4 Uhr. Vor der Klasse. Lächeln. Jetzt. Hast du ihn gesehen? Ja. Das ist cool gesehen. Schau mal. Schau mal. Alles 4. 8. Alles 4. 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 Hinten, her. Heinstimmsel. com Die Wolle-Valtzelle und der Wolle-Valtzelle Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020